So meine lieben Käferfreunde, bin ich da beim Steve. Die Halle, wenn ich so eine Halle hätte, dann hätte ich wahrscheinlich 35 Käfer drin stehen. Was sagst du Steve? Ja, die könnte man überall rein hängen, so weiß ich nicht. Ich habe ja noch ein paar halbe Jahre. Eben, eben. Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen bei der Halle, ich muss mich immer schwer zusammenreißen, dass es nicht lang mehr wird, aber sie ist eh schon voll. Aber sie wird auch wieder leer werden. Er hat schon mehrere Sachen da, so ein T3, was er gerade restauriert, so ein Nissan, da hinten steht die Vespa, und ein paar so Kleinigkeiten habe ich schon gesehen, da ist er mir um einiges voraus. Kommt noch, kommt noch bei dir, wir sehen. Ja, wenn die Zinsen günstiger wären, dann hätte ich die Tiefgarage bei mir schon. So, Steve, ich habe mich gefreut, dass ich hier sein darf. Gerne, immer wieder, jederzeit willkommen. Ja, sehr gut. Also, da vorne außen geht so ein Fluss vorbei, also jetzt müssen wir nicht bei mir außen fischen. Also, Konkurrenz, Techtfreundschaft. Das passt, ja. Da werden wir uns eher unterstützen, als wir da nicht versenken. Finde ich auch, super. Servus. Auf Wiedersehen.